So, da bin ich auch schon wieder zurück. Ich habe die nächsten vier Alien-Artefakte gefunden. Allerdings hatte ich das Ganze nicht in der Aufnahme und ich war gerade auch im Fall. Ich habe den Kampf natürlich verloren, aber ich werde natürlich euch zeigen, wo ich die vier Alien-Artefakte gefunden habe. Damit habe ich jetzt insgesamt schon zwölf. Mich würde mal interessieren, wie viele Artefakte habt ihr jetzt schon gesammelt und wo habt ihr sie gefunden? Weil so können wir uns ein bisschen austauschen und so kommen wir natürlich alle weiter im Game. Aber gucken wir ganz kurz, wo ich die Artefakte jetzt gefunden habe. Bin ich mal hier auf die Map-Camp. Hallo. So, ihr wisst ja, hier ist dieser kleine... Hallo. Warte mal, jetzt muss ich mich selber orientieren. Da ist der Teich. Gott, wo war ich denn da eben? Lol. War es wirklich in der Mitte vom Teich? Auf jeden Fall? Doch, es war in der Mitte. Definitiv. Ihr müsst wirklich genau in die Mitte geben. Da kommt ein Abo rein. Danke erstmal dafür. Genau in die Mitte gehen vom Teich. Ich wette, ihr seht das Ganze aber auch auf dem Thumb-Mail. Es ist genau hier in der Mitte. Ich war da zwar schon mal in Gruppenkeile, aber normalerweise müsste es trotzdem da sein. Oder in Gruppenkeile kann man die nicht finden. Das kann natürlich auch... Doch, in Gruppenkeile habe ich ja auch die anderen gefunden. Weil bis jetzt haben wir halt, wie gesagt, hier vier Stück gefunden. Da habe ich vier Stück gefunden. Und bei Catty Corner auch nochmal da in dem kleinen Turm, der außerhalb ist. Auch da habe ich vier Stück gefunden. Also deshalb habe ich jetzt zwölf Stück gefunden. Ich hoffe halt einfach, dass wir die zusammen alle finden werden. Und in dem Sinne euch noch viel Spaß bei der Suche. Und haut rein! Nein!